Visionen fliegen anscheinend. Und ich weiß, dass ich das nicht so gut erinnere. Aber ich kann nicht sagen, dass ich das nicht so gut erinnere. Ich denke, dass ich das nicht so gut erinnere. Ja, ich verstehe. Ich zeige dir, dass ich das nicht so gut erinnere. Und ich bin so glücklich, dass ich die Welt erinnere. Und der Sith Lord will, dass Luke seinen Vater umbringt, weil er Luke noch mal stärker ist als sein Vater hier, der Anakin. Es erinnert mich so jetzt gerade ein bisschen daran. Es ist gut. Bist du bereit? Ja, wir sind voll aufgeladen und kämpfen jetzt gegen Jiraya, unseren ehemaligen Lehrer, unser Sensei, unser Lehrmeister, unser kleiner perverser Kumpel, Kumpelblas und so. Weiter machen. Vergiss das, Digga. Viel Spaß mit unserem neuen Shuriken, Bitch. Den haben wir mir noch gar nicht gezeigt, den Kollegen. Normalerweise ist es ein Jutsu, den wir nicht einsetzen dürfen. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen meinen Fight, Taken und so. Vergiss das, Digga. Das ist doch erst, er will den Angriff starten, aber ja, hier anscheinend wird. Dann komm her, Feierabend für heute. Bitch, fucking asshole. Er war jetzt viel einfacher. Der Jiraya ist halt ziemlich lahmarschig. 85, 60, 3850, 5700, gelber Blitz, 48.000 Sturmpunkte erreicht. Scheiß Computer, gib mir die ganze Zeit ne Nachricht, oh yeah. So, das war dieser Kampf. Der war relativ easy peasy. Lemons crazy. Kombos und Würfe, ach, die kann ich mir sowieso alle nicht merken, Digga. Oh, wir sind wieder bei Anhaltungsmusik 1 angekommen. Das heißt, wir sind jetzt zum zweiten Mal durchgerattert. Das heißt, wir sind immer wieder bei Anhaltungsmusik 1 angekommen. Das war's für mich. Es ist nicht so, dass ich mich noch nicht mehr als Ero-Sennin bin. Ich werde mich noch stärker sein. Ich werde mich noch stärker sein. Ich werde mich nicht mehr als Ero-Sennin befinden. Das war's für mich. 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 Dann kommen wir zum nächsten Mal. Dann sind wir dann fertig. Nein. Ich bin nicht mehr aus dem Weg. Nein. Dann bin ich hier. Hm. Du bist ein Vogel. Hallo, hau ab. Okay, gehen wir wieder hier rein. Das ist meine erste Pause seit langer Zeit. Vielleicht lasse ich es einfach mal langsam angehen. Wer sind wir? Das Mädchen, wie viel vielleicht? Hi, Mädchen. Hallo, Ninja aus Konur. Geist, antwortet sogar noch mit Hallo. Sag, hallo, kleines Mädchen. Hallo, Ninja aus Konur. Okay, dann komme ich nur hier nach. Langswo speziell langer Grand. Ich glaube, jetzt irgendwie einen Weg hoch oder sowas von Weitem. Ich glaube, Seitenweg hoch. Anscheinend könnte sich Sonaga Kuro vollständig von diesem Tumult erholen. Ja, das passt schon. Herr Konur hat diese kleine mechanische Puppe für mich gemacht. Ups. Er hat gesagt, er sei zu jung, um hergehend zu werden. Ha, ha, ha. Die Leute sagen, wenn man den ganzen Tag am Sonnen treint, bekommt man Muskeln. Da sind wohl alle in so einer Kakura echt mit Muskeln bepackt. Drei Mal. Halt da, nein, nein. Oh, mit dir, Kakashi. Dieses Mal gehe ich nach auch nach... Ja? Dieses Mal gehe ich nach Konur. Ich war noch nie dort und freue mich schon drauf. Der Wind fühlt sich gut an. Ich spüre nichts mehr von der Verwirrung, der vorher herrschte. Das ist gut. Moin. Ja, Frieden ist toll. Aber dadurch scheint meine Wachsamkeit etwas nachzulassen. Trollolololol. Oh mein Gott, hier ist ein T-Rex. Warum sehe ich ihn nicht? Es ist Godzilla. Er zerstört alles. Aber ich merke es nicht. Was ist so? Dann kehre ich am besten direkt nach Konurzeugen und ruhe mich dort ein bisschen aus. Ich habe die Befürchtung, es wird nicht so ganz was. Hm, ich glaube, du wirst es... Glaubst du, es wird regnen? Ich habe einen neuen Schirm gekauft und möchte ihn gerne ausprobieren. Ach, du Scheiße. Uff. Ich habe zu viel Eis gegessen. Mein Bauch fühlt sich ganz komisch an. Ich kann gerne auspumpen, wenn du willst. An ganz bestimmten Stelle. Wenn du nicht isst, wenn du kannst, verzerrst du... Wopopopop. Haha, wie ich hier laber. Wenn du nicht isst, wenn du kannst, verzerrt die Wüste deine Stärke. Daher esse ich immer weiter. Aber in letzter Zeit breitet mein Gewicht... Bereit mir mein Gewicht, sagen. Ja, mein Gewicht breitet sich auch aus. Also, das stimmt schon irgendwo. Hey, hör mir zu, wenn ich mit dir laber. Meine Füße sind zwar im Süßen Sand versunken. Und ich bin gestolpert. Ich bin grün und blau. Alles, was ich jetzt noch will, ist ein schönes, heißes Bad. Bist du bescheuert? Du bist hier mitten in der fucking Wüste. Was willst du da mitten im heißen Bad? Ach, du Scheiße. Schwupp. Hust. Ich habe Sand in die Nase bekommen. Arg. Das kitzelt. Dann macht man aber Hachi und nicht hust. Vollidiot. Muss man den Leuten in Sunagakura noch sagen, wie man richtig niest, oder was? Muss man wahrscheinlich noch klären. Hier, wenn du müde bist, musst du gehen und nicht lachen, ne? Oh-oh. Oh-oh. Was da, wo jetzt auf uns zukommt. Unglaublich. Das können wir gar nicht wissen. Unglaublich. Ach, du Scheiße. Zumindest mal zurückgehen und vielleicht mal Hilfe direkt mitnehmen. Ich meine, wenn er dieses Scheißgefühl hat, dann sollte er wenigstens in so einer Kure jemanden mal mitnehmen und so zur Hilfe. Aber ich glaube, das würde nichts bringen, weil wenn wir jetzt zurücklaufen würden und sagen würden, ey, Kollege, wir brauchen Hilfe, würde er wahrscheinlich mitten drin sagen, da wusste ich nicht, ja, Entschuldigung, ei, 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 ei. Wir gehen aber unbe- und weiter. Das Problem ist, ich wollte eigentlich gerne nochmal gucken. Ich glaube, jetzt können wir es vergessen, noch Voodoo-Puppen zu suchen. Es bringt leider nichts mehr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war's für heute. Ich bin die Kakaş-Kakashi. Ich bin dein Kakaş-Kakashi! Das ist der Kakaş-Kopi-Ninja. Das ist es für mich. Das ist das Kakaş-Kakashi. Das war's für mich. Soll ich gegen alle sechs Pains kämpfen? Das stimmt aber nicht so ganz mit der Geschichte über einen Kollegen. Ich mein, ein Pain ist schon zu viel für Kakashi. Ohne ihn jetzt beleidigen zu wollen. Aber das Dumme ist ja, dass Pain überhaupt keine Schmerzen spürt, weil, wie jeder weiß, sind das ja nicht die echten. Ah, das ist wieder. Ah, das ist wieder. Da geht's, da geht's, da geht's, da geht's, da geht's. Na, sein Super-Jutsu ist auch das. Haben schon! Ja! Erwischt. Alter Schwede. Jeden Gangstein. Zwei Stück. 43, 65, 2004, 2005, 2886, Ninja-Infokarte Nummer 107 erreicht, 850.000 Stirnpunkte erreicht, Ninja-Infokarte erhalten. Oh yeah! Wir gucken, was jetzt kommt. Wir haben Pain besiegt, gerade so. Unser Sieg ist nicht gerade mit Ruhm bekleckert worden. Ich glaube, es ist nicht so, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich glaube, es ist nicht so, dass ich mich nicht verletzen kann. Das war's für heute. ok auf geht zur runde 2 diesmal haben wir verstärken dabei das hat sie gereimt erstklassige wundsalbe aktivieren ok wir mussten natürlich erstmal wieder ein bisschen gesundheit herstellen weil ich glaube jetzt wird es um einiges schwieriger ich bin bereit kakashi versus pain round two ja könnte man ganz let's play nur mit otto geräuschen machen das wäre auch voll cool so wir haben eine angriff und eine verteidigungsperson wenn ich das jetzt richtig identifiziere ja 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 Alter, was ist da los? Super Team Jutsu Attack Modus, oder was? Boom! Und tschüss! Das ist ein echt geiles Überjutsu, Alter. Das ist ein echt geiles Überjutsu, Alter. Nach allem Mangekyou-Sharingan schon sterben müssen, Digga. Weil es einfach übermächtig ist, das Tür zu. 5800 von den Akatsuki. 855.000 Sturmpunkte erreicht. Titel erhalten. Kakuzu. Kakuzu. 860.000 Sturmpunkte erreicht. Titel, äh, ist da freigeschaltet? Jetzt geht's los, Digga. Jetzt geht's erst richtig los. Und auch diesen Kampf haben wir wesentlich besser geschafft. Aber dank auch der Hilfe, die haben wir auch sehr clever diesmal einsetzen können. Oder auch eingesetzt. Ich bin relativ überrascht. Positiv. Was? Ich bin relativt Software. Ich bin relativt Szulter. Ich bin relativt dick. Ja das ist ein Pfing. Ach so, die sind hier bei Wörtern! Wie sind die Schrauben, die Wörtern zu sehen? Es ist nicht möglich, dass du dich zu retten. Chakura, ich habe zu nutzen. Oh, aber... Das war's für heute. Ich kann mich nicht mehr überlegen, dass ich mich nicht mehr überlegen, wenn ich mich nicht mehr überlegen kann. Kokos-Sensei! Was? Ich kann mich nicht mehr überlegen, wenn ich mich nicht mehr überlegen werde. Geh! Eino! Ja! Kokos-Sensei, ich bin für mich. Ja. Das war's für mich. Dallung. Das war's für heute. Der von dir gesteuerte Charakter ist jetzt, Sakura. Okay, wir haben unsere Aufgabe. Und wir wissen leider noch nicht von all dem, was jetzt geschehen ist. Die Musik hat ein schönes Feeling. Gibt ein richtig Druck auf der Blase. Ich muss aufs Klo. Lauf kleine Schlampe, lauf. Die sind immer wir. Wenn ich das nicht versuche, wenn ich das nicht versuche, dann werde ich das nicht versuche. Das ist doch so. Das ist der Kraft der Zeit. Was ist das Leidenschaft? Ich werde kurz erzählen. Wo ist der Wurz巻k-Naruto? Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich werde nicht lernen. Natürlich. Ja. Sie sind unsere wichtigsten Freunde. Das ist ja so! Ich bin ein Freund, das wunderschön. Ich bin ein Problem. Aber wenn ich mich selbst mich für heute befude Eich habe, wenn ich mich auf die Angst wünsche, dann wird mir das Gefühl verwendet. Was ist die Angst? Was ist die Angst? Was ist die Angst? Was ist die Angst? Das ist die Angst? Das ist interessant, oder? Shino, Higata! Das ist ein sehr starkes敵er敵. Hör auf! Das ist natürlich. Ich habe mich verletzt, dass ich mich verletzt habe. Malara-Style. Ich bin alleine gegen Malara nicht mal eine Chance gehabt, Digger. Kannst du vergessen. Ich finde sie so mächtig, die Blöde. Welcher Charakter wärt ihr eigentlich gern oder habt ihr lieber einen eigenen Charakter? Also wenn ihr dich lieber einen eigenen Charakter. Das Problem ist, sie ist eine Fernkämpferin und ich bin ein Nahkämpfer. So, das war unser Super-Jutsu, glaube ich. Ja. Jazam! Und weg damit! Conan! Richtig! Es-Rong! Von den Hebi! 865.000 Sturmpunkte erreicht. Titel erhalten. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin der Fall. Es ist nicht so, dass ich mich nicht in diesem Körper bin. Oh! Verrückt! Hey, hey, hey! Ich habe mich noch nie mit dem Körper gespielt. Was ich mit dem Körper gespielt? Oh, das ist das... Das war's. 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 Das ist ein Wettbewerb. Es ist sicherlich. Es hat sich vorhin schon ein Wettbewerb gemacht. Aber ich kann es nicht so sagen, dass du diese Art und Weise nicht verletzt hast. Wettbewerb. Das ist der letzte Wettbewerb des神. Denkst du den NARUTO. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein! Er ist... Er ist stark! Herr... Der Stich... Der Stich... Der Stich... Der Stich... Der Stich... Herr... Herr... Ich bin... Ich bin... Paine... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Mit... Seinen... Er hat nie mit Lady Tsunade gekämpft... Noch nicht mal gegen sie gekämpft... Ich hab keinen Plan wie diese drauf ist... Ohne Witz... Schauen wir mal was wir gegen Paine ausrichten können... Mit... Dieser... Allzu... Unbrauchbaren Unterstützung... Entschuldigung... Ich bin sehr gehässig... Ich bin ja unhässe... Ach du Scheiße... Ich bin jез zeig... Mit... ponni yellows... Des gambes nicht... Plus seine... Aufsch Steph... H ergon noticeable... Dann swoit einen Mann... Ich werde einen Mann... Undisesst an... dem Mann... Ah, das ist ja, ich will. Ja, super. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Nein! Ich kann schon wieder das Perfekte... 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 Ey, kann ich jetzt auch mal bitte meinen Mega-Jutsu aktivieren? Ja, dann stirb halt, ohne Witz jetzt... Verdammte Scheiße hier! Ja, ja, laber nicht... So ein Müll, Alter! Zwei Prozent! Tobi, 8.000 Punkte erreicht! Hilfsart, freie Scheine macht, du Scheiße! Tobi, weiß überhaupt, wer der Tobi ist? Fahezy! Fahezy! Das ist 3, 2. Das ist das Hockage. Sie sind hier. Das ist egal, was das? Shizu? Nr. Oh, wasser? Oh, wasser? Miooboku-san. Was? Das ist ein Moment. Ich habe das Gefühl, dass ich mich in den Kopf habe. Ich glaube, dass ich hier nicht bin. Ich glaube, dass ich die Gama隠ge. Aber wenn ich mich hier schaue, dann bin ich hier. Ich habe... Das war's für mich. Der Schlepp ist schluss. Dass ich mich auf die Erde verstehe. Aber wir wollen nicht, dass wir die Schleppel nicht mehr wissen. Wenn man einen Menschen verletzt, werden man die Menschen verletzt. Die Erschlussung wird mit zwei Zellen. Ich habe einen Schein. Ich habe einen Schleppel aufgeführt. Es geht um einen Schleppel, dass wir einen Schleppel und den Schleppel haben. Wir haben einen Schleppel-Gerheil. Das war's für heute. Oh, oh, er geht's ja gerade drunter und drüber. Das ist nicht so prickelnd. Das ist ganz und gar nicht gut. Da war es finster und auch so bitter kalt. Aha. Aha. Tja, meine Freunde, und was genau er Schlimmes vorhat, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch geht's gut. Hoffentlich sehen wir uns hier irgendwann mal online. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.